Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unsharte 2 Among Fies. 2, äh, hab ich schon gesagt. Wir sind hier in Kapitel 6 Wunschkonzert. Nicht so aus, als lief es gut für den Widerstand. Du musst da jetzt einmischen. Irgendwie kann ich da nicht einmischen. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Ach, nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und spreche ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber, mach es leise. Ach so, leise? Und du bist sicher, dass es klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Gute Frage. So, um welchen müssen wir uns nicht kennen? Wo steht der? Wo steht der? Wo steht der da oben? Wo steht der? Wo steht der weg? Bitteschön! Toll. Oh nein, das ist ja wieder so, Alter. Ja, Mann, okay, der ist gut. Ja, Mann, okay, der ist gut. Oh, Mann, okay, der hat auch noch reingetroffen. Das habe ich gar nicht. Los, kick dich! Oha. 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 Leute, solltest du mal eine Deckung suchen? Oh, ich... Ich mein's ernst. Och, ne. Hallo, geh doch runter. Dein Ernst jetzt? Ja, Kopf. Jetzt halt mich ander. Hmm. Nichts! Oha. Oh, da ist doch einer. Hi. I hope you didn't run for bitches. Ratet mal was, Leute. Hier hat auch noch Munition. Also nehmt euch in Acht. Was? Das ganze Scheiße. Das ist so nett. mit mit ihm Nein, ich habe doch durch den Boden geflogen. Nein, das will ich echt nicht. Ich will die Munition haben. Danke. Wie hat mir das jetzt angezeigt? Bitte schön. Wollte ich nochmal nachschub? Könnte ich nicht haben. Noch einen. Das wäre ganz schön gierig. Das ist meine letzte für heute. Bin mir leid. Ich habe keine mehr. Kommen nochmal welche? Oh, noch nie. Alter. 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 da waren einfach drei stück also wir sollten hier sein bitteschön ja toll habe ich das nicht gesehen ich werde mich gerade mit auch nicht von hinten und von vorne wo noch ich habe mal gesagt wir müssen am anfang der spielst jetzt kommen die nur noch so eine ich habe schon gesehen Oh, wie? Oh, wie? Hey! schießt nicht mehr ich glaube das war der letzte das ist okay nicht kotzen ich dachte warum kotzt die ok die kammer das kommt ein bisschen kacke ja sie wird klar wurde nicht klar das ist und klar war es ein bisschen jetzt rein bild das ist doch erst mal hier hinter und macht schief der arme alter hier wohl auf sie drauf geballert auch das war aber gar nicht das hat ein generator ich will mal noch ein bisschen das bringt nichts ich brauch strom um dich herauszuholen hältst du noch durch klar der schutzschalter muss irgendwo oben sein keine sorge ich mach das schon der strom ist weg und sie steckt fest wenn ein zombie um die ecke ist darauf habe ich auch keine bock nicht habe ich auch überhaupt keinen bock auch auch und einfach durchsprüngung es kommt dann nicht hoch kommt mal so gefällt mir das ok hier ich auch und Dann sind wir da. Ah ja. SQ3 Blumen! Attempt! jetzt sagt er doch drauf ah guck er zeigt sich gerade perfekt es ja 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 Okay, das ist jetzt unfair. Was haben wir nur für einen Schatz gemacht? Oh, Kajak und... Das wäre mir echt lieb, wenn ihr mir aus dem Weg gehen würdet. Oh, 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 oh. Oh, dass ihr es auch mit anschaut, es war ja okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.